Our climate, not your business! Heute haben AktivistInnen von Ende Gelände hier zwei sogenannte Tripods errichtet und einen Blockadeturm. Auf dieser Fläche wurden vor einem Jahr im November die ersten Bäume in Lützerath gerodet und im Januar die ersten Häuser von Lützerath abgerissen. Jetzt ist kaum noch vorstellbar, dass hier überhaupt noch irgendwas stand. Mit den Häusern und den Bäumen verschwinden und verblassen auch die Erinnerungen. Nicht nur von den Menschen hier in Lützerath und in den Dörfern, sondern weltweit. Von Menschen, deren Zuhause durch zum Beispiel Flutkatastrophen zerstört wurde. Wir nehmen uns heute diese Fläche zurück. Mit dieser Aktion wollen wir weiter dazu beitragen, dass Lützerath kein Geisterdorf wird und vollends verschwindet. Und es ist schön mit euch zu merken, dass Lützerath lebt. Lützerath lebt. Lützerath lebt. Lützerath lebt. Lützerath lebt.